ARD Text im Auftrag von Funk Da sind nur ein paar Plätze frei für Flecken an der Kuh Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir noch ein Loch in der Kuh Das sieht alles sehr gut aus Mir ist eingefallen, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen Kann ich euch helfen? Mir steht noch so in der Tür Okay, gut Dass wir ja auch noch zwei, drei Sachen haben David, wir quatschen gleich weiter Ich will nur einmal ein Buch vorlesen Der wilde Hauke heißt dieses Buch Der wilde Hauke Ich möchte auch mal etwas reimen Das kommt nämlich gut an, das will ich meinen Wer reitet zu spät durch die Nacht Und ist durch den Wind Es ist der Hauke auf seinem Rind Er reitet gegen Fels Ach, er reitet gegen Fels und Stein Ich glaube, er spinnt Doch der arme Hauke, er war nur blind Ich frage ihn, was denn sei Er sagte, drei Chinesen mit einer Mit einer Instrumentai Meine Oma sagte mal Es sei 17 Uhr, welch ein Glück Sie hatte recht, ich denke immer daran zurück Doch der Hauke, der schmust noch Mit den frühen, mit den Kühen In den frühen mit den Kühen Ach, geht noch weiter Also kommt der Hauke etwas entgegen Die Sonne, der Max und auch etwas Regen Max fährt Hauke nach Haus Das macht ihn froh Und Erwachsene ebenso Ente Ein wunderschönes Gedicht Vielen, vielen Dank dafür Man kann doch irgendwo auch sehen, von wem das ist, dachte ich Ich glaube, ganz am Anfang oder am Ende Da, bei Romrick, der hat es geschrieben Ach, den kennen wir ja Ja, danke David, du kennst dich besser aus als ich Du spielst eine Menge Minecraft wahrscheinlich, ne? Ich habe früher mehr gespielt als jetzt, aber Wieso? Findest du es nicht mehr so gut oder hat es irgendwie Interesse verloren? Ich habe mal auf einem Server mal gespielt, aber dann meine Freunde, die haben dann auch nicht mehr mitgespielt Weil wir auch in den Lustmärkten Und alleine macht sich so viel Spaß einfach Ja, das verstehe ich Also bei mir war es auch so, dass ich so eine ganz krasse Hype-Phase hatte, wo es mir mega viel Spaß gemacht hat Wo ich alleine auch irgendwie ganze Städte gebaut habe Und irgendwann lief es dann so nach Dann fing aber bei mir auch die Phase an, wo ich halt mit Freunden gespielt habe Aber ich muss gleich mal sagen, was wir als nächstes bauen am besten Ich habe hier nämlich so eine Idee, was wir jetzt machen Ja, und dann kam halt irgendwann so Ja, so jetzt so die Phase, wo es mir wieder eigentlich Bock macht Weil es halt auch über den Über die Community hier natürlich Spaß macht, mit allen zu bauen So, wir müssen noch eine Milchbar aus der Kuh bauen Magst du Milch überhaupt? Bist du der Richtige für die Nummer? Auf jeden Fall Okay, gut Ja, wie machen wir denn das? Ich habe irgendwo gesehen, es gibt so Strahlen, die vom Himmel kommen Weißt du, welche ich meine? Du meinst ein Beacon? Ja, kann man den auch in weiß machen? Bestimmt, ne? Ähm, ja, mit White Glass Wie baut man einen Beacon? Was brauchen wir dafür? Äh, Netherstar und... Weiß nicht ganz Ähm... Braucht man auch für einen Beacon? Ich schaue kurz nach, am besten einfach Ach, die kommen bestimmt gleich und schmeißen uns eh mit Beacons Aber guck mal gerne nach Du bist jetzt mein Bausatz In Beacon-Puppen-Netherstar braucht man einen Wither Na, okay So, den musst du dann töten Ja, aber gehen wir jetzt einen Wither jagen Oder gehen wir einfach wieder frech ins Lager und klauen alles? Ja So, warte mal Ich lasse dir mal was hier schon mal Vielleicht hier so ein bisschen braunes Zeug Brauchen wir noch Sandstone Vielleicht kannst du damit was anfangen Auf jeden Fall müssen wir es ja irgendwie hinkriegen Dass hier unten Beim Euter Milch rauskommt Und hier muss dann eine Bar sein Die möglichst hier irgendwo an der Seite ist Wo ist da noch Platz? Eigentlich vor der Kuh wäre Platz, ne? Dass man hier unten vor der Kuh die Bar hinmacht Irgendwo hier so Ja, ja, schon Aber wie sollen wir die Milch dann hier rüberkriegen? Ja, das ist das Schwierige, ne? Mhm Man kann natürlich einfach ein bisschen schummeln Wir machen dann unten Sag mal, was ist eigentlich los? Ein Sit-in? Es kommen immer mehr Leute in den Raum Also ihr seht das gerade nicht Aber um mich rum tanzen hier schon drei Leute durch die Butze So, jedenfalls Ja, wir könnten natürlich theoretisch hinten Machen wir einfach irgendwie einen Trichter hin oder so Und da drunter eine Kiste Und dann Ich sag mal Wir schummeln vielleicht ein bisschen Dass da nicht wirklich Milch rauskommt Ach, guck mal Hallo Kommt noch einer Lasst euch von mir nicht stören Ich bin hier bloß live Ja, pass auf Ich geh in der Zeit schon mal Geh ich zum Lager Und du sagst mir gleich einfach, was wir brauchen Ich klau das alles aus den Kisten Ach, pass auf Jetzt hab ich irgendwie auf Versehen Fisch mitgenommen oder so Na, egal Hier so alles So Ja, was machst du denn? Du hattest Schule gehst du noch, ne? Hattest du gesagt? Ja Was machst du denn gerade? Ich hab gerade vier Becken zugeworfen bekommen Ach, geil Was machst du denn du? Abi oder was? Äh, ich bin 13. Klasse Ach, krass Das ist doch Abi, oder nicht? Ja, sozusagen Ich dachte, es geht nur noch bis zur 12. Ähm, ja Ist für mich halt spannend Ich mach kein Schulsystem Also ich geh nicht mehr zur Schule Also wenn du keinen Bock hast darüber zu reden Sag einfach, hab ich keinen Bock darüber zu reden Das ist wie Gimmi So auf die Art halt Okay Ich musste ja auch noch 13 Jahre Und hab ich gehört, dass wir es jetzt in 12 machen Ach, da hast du die Dinger Ja, ja Okay, dann müssen wir nicht Die können irgendwann zugeworfen bekommen Ist natürlich jetzt hier hoch Und irgendwo da Wo setzen wir die denn am besten rein? Wo wolltest du denn Die strahlen ja nach oben Aber nicht von unten nach oben Die strahlen von oben nach unten Oder was? Von unten nach oben, ne? Von unten nach oben, ja Das heißt, wir müssen die unten hinsetzen Und dann aber irgendwie ja schon eine Zitze hinmachen Oder so, ne? Ja, würde ich mal sagen Also wahrscheinlich am besten machen wir Wo kann der mal rauskommen? Hier Hier Und hier oder so Das ist ja so drei Oder vier Vier haben wir ja auch Und dann immer auf die Steine quasi Weißt du, was ich mein? So Aber wir brauchen halt noch unten drunter Eisen oder so Damit die Beacons befeuert werden Ach, okay Man muss da Eisen drunter setzen Und dann Ja, man kann Also Eisenblöcke Oder Goldblöcke Diablöcke Na, okay Kann man eine Was macht dieser Pinguin hier? Der nervt total Der kloppt die ganze Zeit Auf meine Sachen drauf Freundchen Ist ein verrückter Pinguin So, ähm Warte mal Wenn ich hier Ist das vielleicht besser? Wenn ich hier so ein Ding hin mache? Ja, es sieht scheiße aus, ne? Ja, es sieht scheiße aus Weg damit So Jetzt aber Und jetzt baue ich diesen Scheiß hier weg Und wenn wir jetzt da Das so hoch machen Na jedenfalls Schule Ähm, was machst du nach der Schule? Weißt du das schon? Ist ja immer die Scheiße Ich hab ganz ehrlich noch Wirklich eigentlich gar keinen Plan Ich hätte jetzt eh sowieso gesagt Das ist doch die absolute Scheißfrage Es weiß echt nie jemand Was man nach der Schule machen will, ne? Ich hab eigentlich erst mir gedacht So, ich geh vielleicht in den IT-Bereich Ja Aber Ja, so wie der Viktor eben Der macht doch Oh, was hat der noch? IT Hab ich schon wieder vergessen Das war kompliziert Hatte ich noch nicht gehört Den Beruf Ja, IT ist halt immer so, ne? Macht Bock Kann aber auch keinen Bock machen Machst du die Tür zu? Ja, bitte Danke Oh, und endlich sind wir wieder alleine Ja, ich war aber auch so Ich hatte auch überhaupt keinen Plan Was ich nach der Schule machen soll Ich hab ja mal ein Semester Bio studiert Auf Bio hätte ich gar keinen Bock Ja, hatte ich auch nicht Deswegen sitz ich auch heute hier Und hab mir gedacht Ja, kannst halt Bio Was Richtiges lernen Oder Wie ist Videospiel Spacko? Videospielspacko Wäre ich auch gerne Ja, aber es ist nicht so schön Wie man immer denkt Auch manchmal Ist auch Arbeit viel Kann man sich jetzt so als normal Also Kann ich mir jetzt eigentlich Nicht so vorstellen Wie? Du denkst, dass wir immer nur spielen Oder was? Nein, nein, nein Natürlich nicht Aber Man stellt sich einfach persönlich Nicht so anstrengend vor Ja, man denkt immer Man romatisiert ja auch gerne das Was man gerne machen würde Auch so Also es ist auch Natürlich Es ist auch ein cooler Job Es macht schon Spaß Ich hab super coole Leute um mich Und so Und ich hab nichts bisher gemacht Was mir so viel Freude gemacht hat Aber ich hab auch nichts gemacht Wo ich so viel gearbeitet hab bisher Und wo ich oft so ausgelaugt auch war Also man ist schon oft auch wirklich fertig Also gestern war ich zum Beispiel auch 14 Stunden hier Und das ist jetzt nicht so mega ungewöhnlich Dass man mal so lange hier ist Und das Ding ist gar nicht Das On-Air sein ist natürlich cool Ich sag mal Ey, das ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsbeschäftigung On-Air zu sein Aber Ist schon ganz angenehm Also ja Ich glaube jedem Würde man behaupten Dass das vor einer Kamera Videospiel Spielen Super scheiße ist Wäre einfach Quatsch Aber Es ist schon so Dass dafür einfach viel andere Arbeit liegen bleibt Die ich auch gerne machen würde mal Ach, ich muss ja noch Eisenklötze holen Fällt mir gerade ein, ne? Ja Ja, ich hol mal Eisenklötze Während ich hier rumschwafel So, und Das ist natürlich dann schon so Dass man oft dann auch an einem Punkt ist Wo man denkt Ja, wäre cool Wenn ich jetzt nicht vier Stunden Heute vor die Kamera müsste Sondern halt mal arbeiten An dem, was ich eigentlich gerade machen wollte So nach dem Motto Ja, auf jeden Fall Aber Man kann sich das als normal Einfach nicht so vorstellen Wie das einfach ist Das ist wahrscheinlich so Man denkt sich einfach so Ja, die Hier Livestream Und zocken und so Ja Natürlich das Steinen und so Wie man erkennt Zum Beispiel In der Sendung alles Ja Ist auch bestimmt Arbeit Aber man stellt sich einfach alles Nicht so anstrengend vor Ja, das ist auch Ich glaube, das ist auch das Ding Am Anfang ist es auch Da ist auch so viel Euphorie noch dabei Weißt du Da hast du einfach noch super viel Energie Auch für alles und so Und nach einer Weile Du hast halt auch relativ viel Kram Der erstmal nicht nur endlosen Spaß bedeutet Und was halt anstrengend ist Ist es vor allem auch einfach Dass viele Ressourcen Gehen natürlich auf dem Weg verloren Sozusagen Also dass du quasi sagst Ey Also es ist ja nicht getan mit Man muss was streamen Das muss man vorbereiten Und die Menge macht es einfach Weißt du Stell dir vor Ich sag zu dir Ja, heute darfst du streamen Morgen auch Übermorgen auch Überübermorgen auch Irgendwann sagst du mir Ja, aber Minecraft macht mir Gar nicht mehr so viel Spaß Und ich sag ja Ist mir scheißegal Du musst halt morgen vor die Kamera Spiel was anderes So und dann sagst du Ja, okay Ich weiß noch ein anderes Spiel Call of Duty macht mir auch noch Spaß Und spätestens nach 4, 5, 6 Wochen Wirst du das erste Mal zu mir sagen Ey, sorry Ich weiß halt kein Spiel mehr Dann werde ich dir sagen Oh hier Ich hab ein Spiel Ist gestern rausgekommen Super cool Und du hast es nie gespielt Du sitzt also vor einer Kamera Und dann spielst du das so Und dann fängt der Chat an Oh, der hat überhaupt keine Ahnung Dieser Spacko Der David macht das alles mega kacke Und du denkst so Oh fuck Das macht mir irgendwie Nicht mehr so viel Freude Jetzt hassen mich alle Und dann fängt das an Dass du das erste Mal Dich gestresst fühlst dadurch Dass du denkst Oh, es muss jetzt schon Ich muss jetzt performen Also wenn ich hier sitze Guck ich zum Beispiel Immer auf die Live-Zuschauerzahl Ich denke immer Oh fuck Du musst ein bisschen unterhaltsamer sein Hauke Das geht so nicht Und das stresst einen schon Einfach noch so ein bisschen Und auf der anderen Seite Ist natürlich auch immer dieser Druck Wir sind halt ein Unternehmen Und wir wollen auf der einen Seite Das machen, was uns Spaß macht Aber auf der anderen Sitzen so Menschen wie ich Die dahinter sitzen und sagen Nee, sorry Leute Ein bisschen Geld muss dabei auch rumkommen Aber dann mach mal Geld Ohne dich gleich voll zu verkaufen Und zu sagen Hier ist meine neue Armbanduhr Guck doch mal Und das ist halt nicht so einfach Aber trotz allem Im Hintergrund steht halt Ein Job der mega viel Freude macht Wobei ich halt sage Mir macht sogar Nicht mal die Videospiele an sich Sondern am meisten Spaß Macht mir Unterhaltungsformate Cooles Zeug machen Große Events Wo man irgendwie am Ende steht Und echt stolz drauf Hallo Stolz drauf sein kann Und sagt ja Haben wir cool gemacht So gestern das Almost Daily Das war was Wo ich am Ende echt da saß Und dachte Geile Nummer Haben alle richtig geil Teil dran gearbeitet Coole Sache Die Leute vor der Kamera Ja das kriegt mich immer Ich finde Interaktiv Und Community Finde ich der Shit Habe ich endlosen Spaß mit Da haben wir halt auch Die Community einfach Viel mehr Spaß dabei natürlich Und macht dann auch Mehr Spaß zuzuschauen Wenn man weiß Man kann selber mitmachen Einfach Ja Ja so ist es eben auch Ich finde auch die Sachen Wo man mitmachen kann Am interessantesten So So David Aber jetzt pass auf Folgendes Ich habe hier gerade Sag mir mein kleines Timerchen Dass ich mir eigentlich mal Den nächsten holen muss Hat auf jeden Fall Spaß gemacht Ja ich fand es auch sehr sehr cool Cool dass du jetzt halt auch Wenn ich dich jetzt die ganze Zeit Nur voll geschwafelt habe Schön dass du da warst Ich schubs dich mal wieder runter Und schnapp mir gleich den nächsten Ja alles Gute Du musst ja jetzt bald Abschluss machen Wahrscheinlich dann ne Ja Alles Gute David Das kriegst du schon locker hin Und danach machst du IT Und programmierst einfach Spiele oder so Mach schon was Wo du auch Bock drauf hast Alles klar Hauch rein David Dankeschön Tschau So wen holen wir uns denn jetzt Wir nehmen Oxnox Oh das Bild ist auch toll Hallo Ich bin der Stefan 16 Ich bin häufig hier Meine Hobbys sind Internetchats Auf chat.de Knuddels Und ich sammel Pokémon Sticker Pokémon Sticker Was machst du denn so Ich sammle Pokémon Karten Wie heißt du überhaupt Du musst ja anders anfangen Du musst doch sagen Wie alt du bist Und das darfst du auch ruhig alles erfinden Hi ich bin der Heinrich Ich bin 46 Und ich sammle auch Pokémon Sticker Du sammelst Fotos von 16 jährigen Jungs Die Pokémon Sticker sammeln Nein ich sammle Pokémon Sticker Und wir können uns die gerne mal bei mir anschauen Hast du denn auch einen Pokémon Sticker Raum Ich wollte schon immer einen Pokémon Sticker Raum sehen Ich habe einen Pokémon Sticker Van Ah auch geil Der ist weiß Die Fenster sind getönt Ja Aber wir können doch gerne mal rein Also ich bin da null skeptisch Ich habe mein Pokémon Sticker Album Also ich bin da dabei Okay super Ich muss nur gerade noch Eisen holen eben Okay Aber dann ab in mein Van Ja aber dann ab in den Van Kannst ja schon mal ein Van bauen Nee aber jetzt mal im Ernst Wie heißt du denn wirklich Also ich bin Dennis Im Game kennt man mich ja Als Oxnox Und ich baue viel mit Melonen Ach du bist der Melonen Typ Ja ich bin der Melonen Typ Hast du dich nicht mal gestritten Mit einem anderen Melonen Haus gegen Kürbis Haus oder so Melonen Viertel gegen Kürbis Viertel Ich finde in dem Lager hier kein Eisen Scheiße Ja aber warum Melonen Was ist das Bist du vielleicht schwarz Das ist doch so ein Klischee Das schwarze ganz viel Wasser Ich spiele auch kein Basketball Ich kenne die Klischees Ja Nee aber ich finde Als echter Melonen Fan Kennt man die Klischees Genau Ja KFC Basketball Melonen Kenne ich die ganzen Klischees Ja Aber ich bin nicht schwarz Ich habe auch nichts gegen Schwarze Aber ähm Ich baue gerne mit Melonen Weil das äh hübsch aussieht Finde ich Also Diese Struktur Genau Man kann da schön mit ähm Rotem Clay Und dem Melonen Ähm Schöne Häuser bauen Ich esse ja einfach unglaublich gern Melonen Ich finde Wassermelonen echt extrem geil Ich auch Ähm Aber in Minecraft bringen sie nicht viel Die ähm Ähm Bring halt nur ein Herz oder so Da finde ich Kürbiskuchen viel besser Muss ich ehrlich gestehen Ach krass So weit bist du schon Dass du sagst Ey die Konkurrenz hat auch was Ja klar So ähm Ich muss hier mal wieder ein Buch vorlesen Ich habe hier ein Written Book Heißt das einfach bei mir Invalid Book Tag Ach das geht wahrscheinlich nur in der Welt Wo es geschrieben wurde Müssen wir es gleich Muss ich es vorlesen Ich such immer noch Jetzt bewirft mich einer mit Eisen So ein Arsch Aber nehme ich mit Los geht's Zurück Und was machst du sonst so Beruflich und so Ähm Ich habe jetzt Ähm Diesen Jahr mein Abi gemacht Und jetzt jobbe ich ein bisschen rum Mache ein paar Praktika Und so Damit ich ähm So eine Vorstellung bekomme Was ich nächstes Jahr studieren möchte Weil ich habe jetzt noch gar keinen Plan Was ich studieren möchte Ja Und ähm Aber studieren steht für dich fest oder was Genau steht für mich fest Also Wo bist denn her? Hast du schon eine Wunsch-Uni quasi? Ähm Ich habe noch keine Wunsch-Uni Ich bin äh Oder ich lebe momentan in Hamburg Und in Hamburg studieren Ähm Wurde mir abgeraten Weil das sehr überfüllt sein soll Und NC mäßig und so Und ich Ich habe jetzt nicht irgendwie ein 1,0er Abi Also Die Sprachen haben hier einen sehr guten Ruf Aber das war es auch so Also es gibt glaube ich schon gute Studiengänge Ich kann jetzt nicht über alle Aber ich habe immer nur gehört Die Sprachen haben einen tollen Ruf Das soll gut sein Das ist auch nicht total krankhaft überlaufen Aber alles andere wie du schon sagst Ist halt total überfüllt Und Ja Ich kann ja Oldenburg empfehlen Da wohne ich ja auch sonst so Unter der Woche Und es ist eine wunderschöne Wunderwunderschöne Stadt Mit einer ganz großartigen Hochschule Kann ich echt nur empfehlen Muss mal schauen Ist auch nicht so weit weg von der Woche Ich werde mich nächstes Jahr mal An verschiedenen Unis bewerben Wenn ich irgendwie mal einen Plan habe Was ich studieren möchte Ach hast du jetzt ein Jahr? Wirklich kannst du jetzt quasi ein Jahr entspannt rumhängen? Ich kann theoretisch ein Jahr entspannt rumhängen Aber das möchte ich natürlich nicht Ich will gerne ein bisschen Geld verdienen Vielleicht auch mal ein paar Praktikas machen Irgendwie Hier und da mal jobben Geld sparen Das ist mir halt wichtig Ich will jetzt nicht irgendwie faul rumhängen Und Da geht mir Geld verloren Sag ich mal so Ja Ich kann das Ich kann die Zeit genauso gut nutzen Um arbeiten zu gehen Warte ich muss hier kurz Voll assig dem Eisen von Lahiri ausweichen Na gut ich nehme Zeit Ich bewerfe die Leute immer mit Melonen Da freuen sich die immer Ja freuen sich Wie die Pinguine die mich immer mit Fisch bewerfen Freue ich mich auch mal mega Dass die endlich mal wieder schmeißen Ich tausche mal mit den Pinguinen Fisch gegen Melone Was arbeitest du denn jetzt gerade? Auf einer Melonenfarm hoffentlich Ich habe jetzt Zwei Monate Zeitarbeit gemacht Das fand ich jetzt nicht so schön Ich habe das zwar Für die kurze Zeit gut verdient Aber Ist Zeitarbeit so ein Ding? Weil irgendwie Ach krass Zeitarbeit ist so ein Ding Weil der eben Der Viktor ja auch meinte Irgendwie er macht was bei einer Zeitarbeitsfirma Und ich höre das echt immer häufiger Dass jemand sagt Nö ich bin bei so einer Firma Ich kann dieses jenes Und dann mache ich das halt immer so und so Ja Also es ist etwas Wenn man jetzt spontan was sucht Wenn man keine Vorkenntnisse hat Wenn man noch nicht vorher gearbeitet hat Dann kommt man schnell In die Zeitarbeit rein Ja Es ist aber so dass Man verdient nicht so gut Als Zeitarbeiter Also es gibt halt Tarifverträge und sowas Man wird jetzt nicht unterbezahlt Aber im Gegensatz zu den Leuten Die festangestellt sind Verdient man doch deutlich weniger Ja Und es ist halt so Dass sich die Arbeitsplätze immer Ändern Das kann halt sein Dass du Morgen an den Arsch der Welt musst Und dann Muss übermorgen noch weiter in den Arsch der Welt Morgen übermorgen zur Rosette der Erde Genau Also Das hatte ich zum Beispiel Dass ich dann irgendwie Andernhalb Stunden zur Arbeit fahren musste Und dann Hat man da mal einen Bus verpasst Und dann muss man eine Stunde auf den Bus warten Und da hatte man nichts mehr vom Tag Also da hat man irgendwie acht Stunden gearbeitet War dann aber zwölf Stunden unterwegs Und Ja Das möchte man halt Ich möchte das halt vermeiden Dann verdiene ich halt ein bisschen weniger Mach halt ein Praktikum Mach dann vielleicht auch etwas Um mich zu orientieren Um vielleicht Den Traumjob zu finden Sag ich mal so Und Verdiene dann halt ein bisschen weniger Und spare dann halt ein bisschen mehr Dann stecke ich halt ein bisschen zurück Was Luxusartikel angeht Irgendwie dann Mach ich mal ein Wochenende Weniger Party oder so Ja Ja ich mache auch Nur Party fast Ja Also sonst habe ich auch immer viel getanzt Bei Rocket Miners Um zu zeigen Was für ein harter Partyhengst Ich einfach bin Und warum macht der jetzt keinen Klotz Also der Warte mal Bist du gut in Minecraft Hast du richtig Ahnung Bist du überhaupt hier bei meiner Kuh Ja da bist du ja Du hast bestimmt richtig Ahnung Jetzt müssen wir hier Eisenklötze drunter setzen Eisenklötze Wir müssen eine Pyramide drunter setzen eigentlich Aus Eisen Das soll ja Ja aus Eisen Eine Pyramide Man packt da ein so ein Beacon Also das Beacon ist sozusagen die Spitze von einer Pyramide Und da macht man aus Eisen und Diamantblöcken und Goldblöcken Da ist so eine Pyramide drunter Okay Ich mache jetzt einfach mal Eisenblöcke ganz viele Gold habe ich irgendwo auch noch rumliegen tonnenweise Aber Ich habe zwar noch keinen Beacon irgendwie platziert oder so Weil das kam alles dazu Da habe ich gar nicht mehr aktiv Minecraft gespielt Aber Von dem was ich so mitbekommen habe Muss man dann eine Pyramide drunter setzen Okay ich schmeiß dir das mal alles zu Mach mal Ja mach euch Liegt da vorne Ich wurde zu bombardiert mit Müll Ich werfe das mal hier alles hin Ja ich habe auch schon zwei, dreimal hat mir auch schon mal jemand Müll ins Inventar geworfen Aber kommt ganz selten vor Eisen Wo die Ah ich habe da Eisen Gut Sieben Eisen Reichen vielleicht Also Reichen? Reichen glaube ich Ich muss mal gucken Also da soll ja nur so ein Strahl entstehen Ich werde jetzt was lernen Ich gucke jetzt gespannt zu Weil ich das lernen will wie das geht Ich weiß auch nicht ob das jetzt so ähm funktioniert Ich habe hier meine ultra mega super Schaufel Die irgendwie alles an Erde wegkaut Was hier Ich habe gleich zwei Löcher gemacht Ne stimmt nicht Das war schon da drunter Ich mache das mal zu da unten Wie sieht das aus? Mal schauen ob das geht So Die fragen schon wieder Ob man auf dem Server auch spielen kann Ja rocketminers.de ist die Adresse Könnt ihr gerne mitspielen Und wenn ihr auf dem Teamspeak wollt Und einfach auch mal mit mir quatschen So wie der Dennis gerade Dann Dennis stimmt ne? Wenn ich die Namen falsch sage Immer sofort sagen Hauge das stimmt doch überhaupt nicht Ja lieber Dennis sagen als Also ich heiße in game Oxnox Und der Name Oxnox Moneybox Der hat sowas an sich Die Leute sagen immer Onyx Oder Die können meinen Namen nicht aussprechen Kennst du die Oxmox Moneybox noch? Ne kenne ich nicht Hey warte mal Ich habe das echt letztens Auch schon mal wieder gehabt Ich gucke mal ob ich den Trailer finde Von der Oxmox Moneybox Oxmox Moneybox Ich schummel mal eben Und schau mal im Internet Wie man das mit den Beacons macht Ja kannst du machen Während ich hier Die Oxmox Moneyboxe Da die normalste Moneybox der Welt Ohne Spaß Raff ich nicht Irgendwann gab es so eine Werbung mal Oxmox Moneybox Da hier ist sie Oxmox Moneybox Es gibt auch irgendwie so eine Zeitschrift Die heißt so irgendwie Oxmox Aber ich kann sein Weil ich kenne hier nur Oxmox Moneybox Und das ist auch Kofferprofi Der Oxmox Moneybox Shop Da fragen mich die Leute so Hä Sag mal Liest du die Zeitschrift Oder bist du Fan von der Und dann sag ich so Nein Also hier ist Werbung 98 Und da ist angeblich wohl auch eine Oxmox Moneybox Werbung dabei Wo sollen die jetzt finden Ja okay Also das geht anscheinend ohne Pyramide Wenn man einfach nur irgendwie Die Zeitschrift runterpackt Muss ich mal schauen Ich schaffe die gerade verzweifelt durch Und versuche die Oxmox Moneybox zu finden Oh je ich habe zu wenig Eisen Ich organisiere mal kurz noch ein bisschen mehr Eisen Oder hier sind bestimmt Menschen Die mir Eisen geben können Das dauert jetzt ein bisschen Bis sie das hören Aber ich stehe hier Gib dem mal Eisen hier Dem Dennis Ich hätte gerne Eisenblöcke Hättest gerne Brauchst du ja so nett sein Gib dem jetzt Eisen Ey Gib mal Eisen Gefort Oh Mann Ich finde keine Oxmox Moneybox Werbung So eine Kacke Aber die gab's Es gab eine Oxmox Moneybox 100%ig So eine Kacke So Was hast du denn gerne gemacht in der Schule Ach warte ich lese erst ein Buch vor Und dann kannst du erzählen Was deine Lebensgeschichte ist So Das Buch ist von Moment ich muss nochmal gucken Die anderen beiden Bücher habe ich kaputt gemacht Man darf die hier wohl nicht mit rausnehmen Minecraft Montag von Franzi Fröhlich Original Minecraft wird gespielt am Montag Für Hauke ist es gewiss kein Schontag Doch auf dem Server wird er heiter Und baut an seiner Kuh jetzt weiter Da gucken wir ihm alle zu Dabei vergeht die Zeit im Nu Der Park wird weiter zusammengefügt Und sich nächste Woche bei den Attraktionen vergnügt Es wird hier richtig nett Und ich geh jetzt ins Bett Toll Kann man auch nicht mehr applaudieren Dennis bist du überhaupt noch da? Ja ich bin noch da Also das war eine sehr schöne Geschichte Das war überhaupt keine Geschichte Das war ein Gedicht Du hast überhaupt nicht zugehört Ja ich musste mich konzentrieren Weil mich die Leute gerade hier mit Eisen zugekotzt haben Na gut dann lese ich nochmal Pinguinleben vor Ist das ein Gedicht? Ich weiß es nicht Also Pinguinleben Gedichte waren meine Spezialität Pinguinleben bei Nut Original auch wieder natürlich So Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt Meins nicht Zumindest weiß ich nicht Wie ich ins Leben gekommen bin Ich könnte rein theoretisch Aus dem Schaum einer Welle geboren Oder in einer Muschel gewachsen sein Wie eine Perle Vielleicht bin ich auch vom Himmel gefallen Wie eine Sternschnuppe Fest steht Dass ich als Findelkind ausgesetzt wurde Mitten im Ozean Meine erste Erinnerung ist Dass ich ein rauer See trieb Nackt und allein In einer Walnussschale Denn ich war ursprünglich Sehr, sehr klein Ich erinnere mich weiterhin an ein Geräusch Es war ein sehr großes Geräusch Wenn man noch klein ist Neigt man dazu Die Dinge zu überschätzen Aber heute weiß ich Dass es tatsächlich Das größte Geräusch der Welt war Es war der Ruf nach Fisch Ich hörte es schreien Hast du Fische? Und dann eine zweite Stimme Die wieder rief Hast du Fische? Ich hielt inne Als ich plötzlich eine dritte Stimme schreien hörte Ob du Fische hast? Ich steuerte meine Walnussschale In Richtung der Stimmen Die See wurde immer ruhiger Und ein engelsgleicher Gesang Fing leise an zu ertönen Und da sah ich sie Kaum zu glauben Aber da schwammen zwei Pinguine Mitten durch das Meer Sie schienen sich dauernd Nach irgendetwas zu bücken Und machten eigentümliche Geräusche Die wie eine LKW-Hupe klangen Ich blieb erst einmal auf Abstand Und beobachtete ihr ungewöhnliches Verhalten To be continued Schöne Geschichte, hä? Schöne Geschichte Jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht Aber das erfahren wir erst nach der Werbung, glaube ich Schade Oxlach, hast du schon fertig gebaut? Weil dann hole ich mir nach der Werbung einfach einen anderen Ja, Problem Was denn? Die Beacons funktionieren nicht unter der Kuh Weil die brauchen Licht Also die brauchen Dann müssen wir halt ein Loch durch die Kuh machen Ja, genau Das mache ich gleich Aber Oxlach, das mache ich einfach mit jemand anderem Kackfrech nach der Werbung, okay? Was? Ja, wieso? Hast du noch was Geiles? Dann kannst du auch noch warten während der Werbung Ich sollte doch noch meine Schulgeschichten erzählen Ja, dann musst du noch kurz bleiben Dann hast du nach der Werbung Hast du noch mal zwei Minuten für deine Schulgeschichten Vielleicht auch drei Aber ich bin noch mal kurz weg in der Pause Und quatsche mit den Admins, ob alles toll ist Also, wir gehen in die Werbung Der Dennis und ich Und wir sehen uns nach der Werbung wieder Und dann hören wir die Schulgeschichten Und ich erzähle vielleicht auch eine Schulgeschichte von mir Und immer eine Draufsatzgeschichte Damit meine Geschichte besser ist, okay? Okay Okay, cool Bis später Tschüss Tschüss Tschüss